Hallo, was ist denn mit denen los? Guten Tag, darf ich mal fragen, darüber Sie diskutieren? Ja, wir wollten ein Foto mit drei Leuten und drei Tannenbäumen machen. Und der mittlere Tannenbaum sollte dabei größer sein als die beiden anderen. Aber leider ist vom mittleren Tannenbaum der Stamm abgebrochen und jetzt ist er zu klein. Nein, wir dachten, wir könnten jetzt den Mülleimer von der Bank nehmen, aber leider hat sie keinen. Und von den Steinen am Wegesrand dürfen wir auch nichts nehmen. Es steht hier alles unter Naturschutz. Ja, und jetzt diskutieren wir, was wir tun können. Aber es fällt uns nichts ein. Ah, okay. Hm, lasst mich mal nachdenken. Ja, ich glaube, ich habe eine Idee. Aber zuerst müsst ihr beiseite gehen, denn ich muss zu den Tannenbaum hin. Alles klar. Komm, Franz, folge mir. Danke, ich werde mich beeilen. So, ihr könnt jetzt den Baum auf meinen Kopf stellen. Dann ist er hoch genug. Gute Idee. Komm, Franz, fass mal mit an. Los, Dieter, hilf mal dem Franz, den Tannenbaum hochzuheben. Na gut. So, Walter, wir sind soweit. Jetzt können wir das Foto machen. Alles klar. Dann stellt euch schnell auf, bevor wir noch mehr Zeit verlieren. So, und jetzt bitte mal hergucken. Es geht los. So, fertig. Alles ist im Kasten. Jetzt müssen wir den Tannenbaum wieder runternehmen. Angela, du musst beiseite gehen. Mhm. Los, Franz, packen wir es an. Walter, findest du nicht, wir sollten den jungen Mann zum Kaffee anladen? Jetzt Dankeschön. Ja, ich denke, das hat er sich verdient. Nur Mann, wir dachten, dass wir sie... Nanu, wo ist er denn hin? Er scheint es hier echt eilig zu haben. Tja, kann man nichts machen. Also, dann auf zum Kaffee trinken. So. Wir schauen. Wir schauen. know you. back. HASSny. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.